So, jetzt habe ich hier jemanden, ohne den Ska generell im Osten Deutschlands für mich fast undenkbar wäre, zumindest was die alten Jamaikaner anbetrifft, und zwar habe ich hier den Ossi von Grover. Ossi, seit wann machst du eigentlich Grover oder seit wann machst du eigentlich diese ganze Booking-Geschichte? Die Booking-Geschichte mache ich seit Mitte der 80er Jahre. Ska-Booking mache ich seit Ende der 80er, seit ich seinerzeit das Booking und Management von Al Bosson die Pingpongs gemacht habe. Das Label Grover Records habe ich dann 1993 gegründet. Weshalb wir dieses Jahr 15-jähriges Jubiläum haben, wozu es dann auch noch Partys und Festivals geben wird in der zweiten Jahreshälfte. Super. Eine ganz andere Sache ist, ich weiß ja auch nicht, wie ich fragen soll, ob ich lieber fragen soll, Ossi, wen hast du hier gehabt oder Ossi, wen hast du noch nicht sozusagen gehabt von diesen alten Jamaikanern sozusagen von diesen... Ich glaube, wen du alles gehabt hast, das endet jetzt ja überhaupt nicht mehr, aber bestimmt wäre es kürzer, wenn du mir sagst, wen du gerne mal haben würdest. Ach, es gibt noch einige alte Jamaikaner, die ich gerne mal holen würde, so die denn willens wären und man ihrer Habhaft würde. Es ist teilweise einfach schwierig, an die Leute ranzukommen. Man muss Kontaktleute haben, die die kennen, die müssen einen dann auch einschätzen, wie zuverlässig die sind. Jamaikanische Künstler wollen, denke zu Recht, weil sie ja auch oft beschissen wurden, gerne einen Vorschuss haben. Andererseits schickt man natürlich auch nicht gerne Geld auf eine Insel, die viele tausend Kilometer entfernt ist und wenn man nicht so genau weiß, ob derjenige dann auch tatsächlich rechtzeitig zur Beantragung des Visums auf der Deutschen Botschaft erscheint und ein paar Wochen später dann auch tatsächlich den Flieger betritt. Naja, der Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt schon auch einige wirklich interessante Künstler, die meines Wissens auch noch leben. Ich würde für mein Leben gerne mit Millie zusammenarbeiten, die My Boy Lollipop gesungen hat im Original. Da habe ich mal meine Fühler ausgestreckt, habe dann mal gehört, sie wäre so enttäuscht vom Musikbusiness, dass sie eigentlich nichts mehr damit zu tun haben will. Dann habe ich mal gehört, sie wäre schon durchaus bereit, aber, aber, aber und das ist zum Beispiel so jemand, mit dem ich gerne, wirklich sehr gerne mal zusammenarbeiten würde, wenn sich die Gelegenheit noch ergibt. Doreen Schäffer hat uns gesagt, Lortanamo lebt in Kanada. Wie sieht es mit Lortanamo aus? Ich denke gut und ich denke, der wird auch noch mal kommen. Der war ja schon mal hier und hat damals in Potsdam auf dem Ska-Festival gespielt und ich glaube schon, dass er noch mal kommen wird. Ich habe auch noch indirekten Kontakt zu ihm, also über die Skateleites höre ich dann immer wieder mal von ihm. Er ist ja auch vor ein paar Jahren mal bei einer Tournee quasi als Ersatz für Doreen als Sänger mitgekommen, als Doreen wegen einer Hüftoperation nicht reisen konnte. Ja, also den, denke ich, dürfte man hier noch mal sehen. Du machst so viel Skate. Seit Mitte der 8 Jahre hast du selber mal Musik gemacht? Spielst du selber ein Instrument? Ja, das habe ich. Dadurch bin ich auch dazu gekommen. Das ist ja, glaube ich, bei den meisten Leuten so, die in der Musikbranche arbeiten, dass sie irgendwann mal selber Musik gemacht haben oder sehr nah da dran waren und DJ waren oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall habe ich früher in Rockabilly und Psychobilly-Bands Schlagzeug gespielt und gesungen und habe das dann aber irgendwann dran gehängt. Meine Band hat, meine Hauptband hat 1990 sich aufgelöst und danach hatte ich dann einfach nie wieder Zeit, obwohl ich große Lust hatte, aber nie mehr Zeit, Musik zu machen. Und die Band hat dann im Jahr 2006 eine Reunion gemacht und spielt jetzt wieder regelmäßig. Aber naja, klar, das war für mich der Zugang dazu und es ist auch gut so, wenn man in der Musikbranche arbeitet, dann sollte man auch wissen, wie sich das so anfühlt, auf einer Bühne zu stehen. Und auch ein bisschen zu wissen, was hinter den Kulissen so passiert. Wie hieß die Band? Sunny Domestos. Gibt es Aufnahmen von dieser Band? Gibt es, ja. Die hat damals Platten gemacht und auch jetzt nach der Reunion nochmal eine kleine EP. Die sind auch noch offiziell erhältlich? Ja, sind durchaus. Aber es hat, wie gesagt, mit Skat hat das sehr wenig zu tun. Es gibt eine Kammerversion von den Specials von dieser Band, also eine Psychobilly-Version von Dawning of a New Era, aber ansonsten... Das ist ja spitze. Also, das war es eigentlich schon. Ja, alles klar.